Jetzt, hallo und herzlich willkommen zurück zu Spec Ops, äh, Sola 1. Ah. Erstmal wieder alles richtig einstellen, wie immer. Äh, wieso vergess ich das immer vom Anfang der Aufnahme? Egal. Auf jeden Fall... ...würde ich sagen, dass ich inzwischen, weil ich, äh, mehrere Wochen nicht gespielt habe, nicht mehr ganz durch die Story durchblicke. Klingt nach Scharfschütze. Ziemlich nah dem Sound nach. Seid vorsichtig. Was gibt's? Und wieder Unruhen. Die scheiß Zivilisten drehen durch. Ja, wie beim allerhexten Sturm. Alles für die Katz. Wer nur sagt, wir bauen alles wieder auf. Wozu denn? Wird ja keiner mehr übrig sein. Mann, bist du scheiße drauf heute. Brauch' ne Zigarette. Hat Crosby heute Dienst? Ja, schiebt Wachdienst auf zwei. Hey, sag dem Arsch, ich will sofort meine Fluppen haben. Von Shepards. Findest du dich beruhigt? Kein Thema. Die haben uns noch nicht entdeckt. Schalldämpfer? Ziehen wir es uns an. Los, komm mit, Luba. Psst, lies. Ah, verdammt! Jetzt wissen Sie Bescheid! Tja, klingt als ein Kämeichbesuch. Ihr müsst entschuldigen, hier sieht's fustig aus. Als wäre ein Sturm hier durchgefegt. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Meinst du, ich hab Angst vor euch? Ich sag dir was kommt. Nicht ich hab euch am Hals, sondern ihr mich. Gegner erledigt! So, weiterlaufen. So, weiterlaufen. Unterwegs! Wow! Super! Äh, ist benachbar. Und dann... Im Deco-Gron... Schrotflinte, vom Flur her! Schrotflinte unterwegs! Habt das rein! Gechaltet! 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 Schu-jen! Wir brechen durch! Angriff! Gechaltet! Ja. Wo sind sie denn? Gechaltet! Brücke vor! Nach dem anderen! Ach Huang! Noch mehr Tankos über die Seilrutsche. In Deckung! Achtung! Schrotflintenschütze! Oh! Oh! Ohpne! Da bewegt sich einer! Da kommt einer aus der Nähe! Unter schweren Beschuss! Scheiße! Übers Dach kommt nur eine Bälle weit! Lade nach! Gib mir Deckung! Ich brauche eine Blitzkavate! Feind bewegt sich! Krugwind auf dem Weg! Feind ausgeschaltet! Boah, ich bin froh, dass die hier keine Munitionssachen weg wäre! Wir müssen weg, sonst geht gar nichts! Schalt die verdammten Scharfschützen aus! Schalt die 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 Noch irgendwo welche? Ludo, Scharfschützer auf dem Vorsprung! Eine wenige. Gut. Ich steh' kein mehr. Ah, jetzt seh' ich noch einen. Wir können los! Das ist ein Fehler, Walker. Sie kriegen diese Menschen nie durch die Sturmband. Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen sie alle ins Verderben. Oh, Scheiße! What? Was machst du? Adams? Was kannst du nicht machen? Stopp! Hör auf, Verdammt! Verworte! Nicht! Oh Gott! Was hast du getan, Walker? Ich hab' nicht aufgepasst. Hey! Kann passieren! Na komm! Ähm... Ja, ich fürchte, der Typ wird langsam verrückt, der Walker. F**k. Ähm... Sieht nicht gut für ihn aus. Ja... Ich hab' nie gemacht. Ihr weiß nicht, was unfreibeidet. Es wird richtig gest comportiert.